Irgendwo hängt noch vom Welle 15 eigener rum. Der hängt irgendwie fest und kommt nicht mehr raus. Und ja, das Loch da muss ich flicken. Das muss ich leider manuell flicken. Nichts so. Ja, mein Reparaturauftrag ist leider nicht größer machbar. Sonst würde ich ihn über die ganze Festung spannen. Hat mal wieder jemand geschludert beim Aufräumen. Ich könnte eigentlich noch einen Waffenständer da hinbauen. So, das Loch wird gepflegt, gut. Ich brauche mir doch mehr Schwefel langsam. Eis kann ich gerade einstellen. Davon habe ich gerade hier genug rumfahren. Schwefel ist allerdings eher so ein Thema. So, die Laternen hier ersetzen, die ich weggebombt hatte. Genauso wie die Heilstation hier, die ich weggebombt hatte. Und dann brauche ich mehr Kampfstationen. Und ja, ich muss wirklich gucken, dass ich auf das den Turm da ein Katapult kriege. So, hier wird noch allem gegraben. Ich habe ja jetzt genug Stockpiles, also Lagerplätze zum Zeugbunkern. Mangelware habe ich gerade halt hauptsächlich, was das angeht, an Schwefel oder an Glowstone. Oh, jetzt habe ich genug. Man sieht auch, ich habe es hier schön hingekriegt, eine Brustwehr zu bauen. Anders als man gerade eben gesehen hat bei unserem anderen vor. Ja, das Katapult wird gebaut, sehr schön. Ich brauche dazu allerdings erstens Zahnräder noch, sechs Stück. Das ist in dem Fall ein Fall für die Schmiede. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und dazu brauche ich sechs Eisenbahnen. Nein, kein Glas. Sechs Eisenbahnen. Bei denen brauche ich noch Schwefel. Du kannst andere Sachen machen, aufräumen brauchst du nicht mehr. Gibt ja gerade nichts zum Aufräumen. Oh, ich brauche sogar für viel mehr Eisen. Ich habe nämlich gar kein Eisen mehr und ich brauche auch für die Wachstation Eisen. Und gleich kommt der nächste Angriff. Ich habe sogar hier unten eine Treppe runter gebaut, um hier das Zeug abbauen zu können. So, Katapult ist bis auf die Zahnräder fertig. Ich habe sogar schon Munition für das Katapult. Ihr wisst da jetzt so gerne, wo der einzelne... in der Koropton steckt. So, auch wenn's ein bisschen doof ist, ich sollte jetzt die Leute zu den Waffen rufen. Nur dich wieder aufräumen schicken. Und ja, jetzt haben wir gerade genug Schwefel. Das Erste. Und nein, der Alchemist spielt nicht Alchemist. Klingt so, als ob sie von da drüben kommen werden. Oh, diesmal sind's zwei dicke und vier von denen. Also vier von den normalen und zwei von den ganz dicken. Oh, da kommen sie. Ja, die spielen mit unseren Jungs hier. Unseren Nagdkämpfern. Gerade Bassball. Los, ihr geht mal darüber, dass ihr auch mal wieder drauf schießen könnt. Oh, das ist nicht Sinn. Oh, rennt, rennt weg. Einer boxt auf den Kristall ein, ist aber nicht so schlimm. So, zurück zur Arbeit. Bis auf dich. Du suchst mir jetzt mal den Letzten, der irgendwo hier rumstreuen dürfte. Damit ich die Welle auch endlich mal abschließen kann. So, ich muss die, muss ich die Tür selber erneuern, oder? Macht das die Reparatur? Die Reparatur macht das nicht. Das heißt eigentlich, ich müsste Bauauftrag, die Tür markieren, in einen extra Bauauftrag setzen und ihr Max-Priorität geben. So, mal gucken. Ein Schwertkämpfer sollte gegen ein Mini-Koopt-Tron ankommen. Ich muss nur herausfinden, wo er sich versteckt hält. Okay, hier breche ich mal alles ab. Hier ebenso. Dass das Eisen für die Tür gemacht wird. Ach, Tatsache, da unten steht er. Kommt nirgends hin. Okay. Ist also eher ein Pfeifen im Bogenschützen. Oder ein Armbrust-Schützen halt. Aber erst in der nächsten Welle. Oh, der da ist eine arme Sau gerade. Also. Okay. Weil der gerade von da nicht runterkommt. Auch Tür ist gebaut. Sehr gut. Das heißt ich kann die zwei Zahnräder wieder in Auftrag geben. Und noch mehr Wachstationen. Hier mal mein Schwefelvorkommen. Hier ist abgebaut. Ja, ist es auch. Ah, er hat es runtergeschafft. Gut. Hier ist abgebaut. Na gut, machen wir noch ein bisschen weiter. Wir sehen uns beim nächsten Mal.